Kredi Agricole CYB hat jetzt im Standort Frankfurt eine hochmoderne Bürofläche geschaffen. Das liegt erstens an die sehr hochwertige Ausstattung, zweitens an die effiziente und smarte IT-Umgebung und drittens ermöglichen wir natürlich damit die neue flexiblen Arbeitsmodelle. Besonders gut gefällt mir, dass sich der Austausch zwischen den verschiedenen Bereichen deutlich intensiviert hat, weil man sich viel häufiger sieht, man trifft sich in der Küche oder auf dem Flur und in den Gemeinschaftsflächen und ich finde, das ist eine massive Verbesserung zum vorherigen. Für uns in GMD ist das wirklich eine Benchmark in terms of Ausstattung, Kommunikation und Arbeitsumfeld und wir sehen jetzt schon die ersten positiven Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden hervorgerufen durch unser neues Office. Am besten gefällt mir eigentlich die Offenheit des Gesamtkonzepts. Es ist hell, es ist freundlich. Die Kolleginnen und Kollegen, die auf den Etagen verteilt waren, befinden sich jetzt auf zwei Etagen. Das gefällt mir besonders gut. Man begegnet sich und tauscht sich sehr viel mehr aus. Bis zum nächsten Mal.